Grüezi miteinander, heute meine erste August-Rate in Social-Media-konformen 90 Sekunden. Dass es uns in der Schweiz so gut geht, gehört ihr insbesondere heute überall. Und auch die Gründe dafür gehört ihr von links bis rechts. Ich sage, uns geht es unter anderem so gut, weil wir so viele Leute haben, die sich auf freiwilliger Basis für unsere Gesellschaft einsetzen. Leider hat es immer weniger von denen. Darum bitte ich euch heute darum, engagiert euch in Vereinen, Gemeinden, Parteien. Sucht euch irgendetwas aus, was euch gefällt, investiert eure Zeit und trägt damit euren persönlichen Beitrag zu unserer Gesellschaft bei und dass es uns weiterhin so gut geht. Besten Dank schon im Voraus und ich wünsche euch allen einen schönen 1. August.